hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von ui talk ja auch dieses video wird wie viele andere jetzt in meinem urlaub kommen wo ich jetzt sagen nur auf die kommentare antworten kann aber jetzt erstmal nichts neues kommt dementsprechend nicht wundern falls ihr in einem video davor schon mal einen vorschlag gegeben habe wie ich was bestimmtes machen kann oder für eine bestimmte sache bitte wundert euch nicht es kann halt immer sein dass ich dann sozusagen jetzt gerade das man nicht gucken kann einfach aus dem grund dass ich halt nichts hochladen kann weil ich halt gerade im urlaub bin ich bin aber auf dem 10.8 wieder da und dann gibt es auch wieder frische videos angepasst an die kommentare die ihr geschrieben habt das heißt wenn ihr jetzt noch eine website habt die ihr gerne vorschlagen wollt haut sie jetzt raus und einfach in die kommentare damit und dann wird die beim nächsten mal auch noch review werden bzw dann werde ich da durchgehen heute befinden wir uns auf der seite hightail von den hypixel studios ja hier seht ihr ja auch schon hier oben hypixel studios kann man draufklicken hier seht ihr das ist dann die hypixel studios seite hier steht unter construction ok dann wollen wir einfach mal beginnen mit der hightail seite das ist nämlich mein ziel heute hightail sollte dem ein oder anderen vielleicht geläufig sein das ist ein spiel von den hypixel studios magic beziehungsweise hypixel sagt euch vielleicht was von dem großen minecraft server netzwerk ja und damit wollen wir anfangen wir wollen einfach mal anfangen mit dieser kreativen seite ich finde sie äußerst kreativ und ich finde sie auch sehr gut gelungen ja als erstes fangen wir oben am besten mit der nachbar an und hier oben haben wir einmal eine obere nachbar mit den hypixel studios darunter die nachbar für hightail ich finde es jetzt nicht schlecht ich störe es auch ein bisschen ich hätte tatsächlich die obere nachbar weggenommen weil die kleine hypixel studios hätte ich auch gar nicht da oben reingesetzt sondern es weggestrichen ich erkläre euch gleich warum weil unten seht ihr nämlich dass da auch nochmal hypixel studios steht und ich habe vorhin nur diese nachbar gelassen das würde ein bisschen cleaner aussehen und finde ich sogar noch schöner aussieht hier haben wir einen home button block button media button the game community jobs und beta sign up das finde ich sehr gut und sehr gut also da gelungen dann halt jetzt sozusagen wie dann sozusagen das havert das hat so einen schein der dann kommt den finde ich sehr gelungen sieht auch sehr gut aus und vor allem von der helligkeit passt das perfekt das ist klar wo man rüber havert das ist manchmal nicht sonst erkennbar mit dem home button ist es jetzt nicht erkennbar wo man rüber havert aber ich finde es trotzdem nicht schlecht oder nicht problematisch das hightail logo hier finde ich sehr gelungen passt auch sehr gut in das ganze hinein sehr schön mit diesem hintergrund der halt statik hier hinter ist daran angepasst natürlich dieses beta signup mit einer schönen hr die man halt wiederum mit den button überschrieben hat passt sich auch super in das ganze bild rein und world of adventure and creativity und keine so eine headline ja also insgesamt sehr gelungener bereich hier vorne da kommt das hightail hier haben wir einen text dazu learn more den trailer den man sich hier angucken kann finde ich auch cool dass man hier das icon angepasst hat an hightail so ein bisschen dass es sich an diesen eisen look anpasst das sieht man selten ja was mir insgesamt auch hier gefällt ist halt wenn man sich das an guckt hier wird häufig sozusagen eine schriftart verwendet die sie sozusagen eine eigene haben oder eine spezielle auf jeden fall die passt halt sehr gut dieses wort ist hightail und world of adventure das passt halt hinzu und genau das gleich mit learn more beta ist halt einfach eine schriftart das hat die kleine kleine schriftart nicht hinzu passt könnte man vielleicht anpassen hätte man machen können auf anderen seite unterstützt das aber auch nochmal die große schriftart das die halt für wichtige sachen ist besonders diese besondere schriftart prinzipiell wäre es aber noch eine sache die man hätte machen können dann halt hier noch die unterteilung jetzt kommt hier dieser blockbereich sozusagen hier sozusagen im hintergrund was gesetzt das ist glaube ich ein artwerk was im hintergrund ist leicht halt schattiert dass man gar nicht was man hier erkennen kann finde ich sehr gut dann haben wir hier job opportunities die man hier bekommt also learn more den blog an sich finde ich auch ganz gut daran kann man hier einen blog lesen sozusagen weil das spiel ist ja noch nicht veröffentlicht was mich stört ist dass die blogposts sehr langsam hier unten kommt sieben mehr die blogposts sind teilweise sieben monate alt und ich würde halt eher sagen man nimmt zehn blogposts sind glaube ich ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22 ok ich weiß nicht klar habe ich mir jetzt auch erzählt aber ich habe jetzt 22 gezählt würde mir eigentlich wundern so eine kommende aber kann sein insgesamt fähig ist halb zu viel ich hätte vielleicht zehn genommen zehn blog einträge die neuesten blog einträge und dann sie more um mehr zu sehen weil es gibt ja schließlich den blog blog und ich werde nicht er sollte nicht alle blog post hier hin zu machen klar dann wird die seite halt kleiner ist es halt nicht so viel content auf der seite aber nur blog post das sind das ziel von der webseite finde ich das sollte eher ein bisschen mehr hier unten als beschreibung des spiels kommen ja aber ansonsten gar nicht mal so schlecht ja auch hier zum beispiel weil da ich das so lange ist es jetzt ein jesnig langer balken hier der einfach nicht ausgefüllt ist auch so ein nachteil haben dann hier follow us das finde ich ganz gut das sieht auch sehr schön aus mit zentriert mit den einzelnen buttons wo es hingeht was sehr gut das hypixel studios das ist jetzt nämlich das was ich meine was mich wundert oben kann man es weg machen hier unten steht fett hypixel studios aber es ist kein link warum wenn ich hier oben drauf klicke komme ich auf die hypixel studios webseite das ist ja gut hypixel pdf hypixel studios von deutschen hier finde ich allzu wichtig aber warum ist das unten kein bild warum kann ich das nicht oben wegnehmen und hier unten das halt als link machen das ist doch viel besser schon warum habe ich dir kein bild gesagt ich meine als link warum ist das unten kein link sollte an sich ein viel besser ein link sein hier haben wir wieder ein about privacy contact press das finde ich passt hier unten hin hätte aber trotzdem eher diese schrift abgewählt ist aber jetzt nicht so tragisch halt das copyright ist halt standard prinzipiell aber ein sehr guter footer finde ich gut hätte noch ein bisschen mehr infos haben können aber hier gibt es auch glaube ich noch nicht so viel von daher sehr gelungen und ich finde die seite insgesamt auch sehr gelungen vom stil her ja mir gefällt sie sehr gut und ich denke da kann man sich auch gut was abschneiden vor allem wenn man so eine fantasy geschichte fantasy like webseite vor hat zu entwickeln dann ist glaube ich hightail ein sehr gutes beispiel oder hypixel die wir schon beim letzten mal hatten zwei sehr gute seiten die sehr gut zeigen was man machen kann und wie optionen da sind ja wenn es euch gefallen hat dann lasst doch einfach einen daumen nach oben da schreibt in die kommentare wenn ihr welche sachen habt die euch irgendwie gestört haben an meiner idee bzw wo ihr darüber diskutieren wollt wo ihr sachen habt wo ihr irgendwie ergänzungen habt oder wenn ihr tatsächlich meine eigene webseite habt oder eine webseite die ihr findet die ich mal reviewen sollte beziehungsweise wo ich mal rüber gehen sollte bezüglich UI talk dann schreibt ich auch mal in die kommentare dann sprechen wir die einfach mal durch und gucken mal was man daran verbessern kann beziehungsweise wo halt so punkte sind die die halt UI technisch gesehen nicht sonderlich gelungen sind ja ich danke einfach fürs zusehen wenn es gefallen hat einen daumen nach oben da und ansonsten vielleicht noch abonnieren und ansonsten sieht man sich beim nächsten mal bis dahin dann tschüss